das wirst du bestimmt schon mal vielleicht irgendwo gesehen haben und zwar habe ich in meiner video beschreibung immer einen amazon link da ist eine wunschliste und die liebe johanna hat mir vier produkte davon einmal zukommen lassen ganz ganz vielen dank an dich johanna und ich habe mir gedacht kommt dann machen wir jetzt mal so ein community video raus und ich packe alles aus was die johanna mir geschickt hat und da gucken wir uns mal an was die produkte können und ja in der zwischenzeit darfst du gerne diesen kanal liken abonnieren und wir sehen uns sofort wieder hey friends meine brille ist willkommen zurück zu einem neuen video und zwar wie es gerade schon gesehen habe geht es um ein amazon hall video das habe ich dieses mal nicht selber gekauft sondern dass wir eine ganz ganz liebe zuschauerin ich habe ja in meiner video beschreibung oder meistens setzt sich sogar unter meine also nicht unter den videos meistens so gehen die beschreibung rein da habe ich eine amazon wunschliste und auf diese amazon wunschliste sind immer so ein paar produkte die ich da wo ich sage alles klar da kann ich ein schönes video raus machen wie zum beispiel in dem fall waren da sticker drauf so ein kleines bild hier sind ein paar anhänger und hier ist ein lesezeichen set müssen wir uns gleich mal einmal genau anschauen was dort drin ist und die liebe johanna hat mir sogar vier sachen geschickt das heißt ich kann sogar direkt ein video daraus machen und auf diesen in diesem amazon link auf dieser wunschliste da sind so produkte die sind glaube ich da ist nichts teurer als zehn euro oder sowas weiß ich nicht genau und das ist immer die habe ich so erstellt für so community projekte wenn man mal den einen oder anderen euro über hat und sagt so alles klar so für so ein video unterstütze mich dann ja würde ich mich immer freuen ich sammle das dann guckt dann dass ich so drei vier sachen dann sammeln kann und ja in dem fall habe ich dann direkt vier zusammen und da kriege ich dann auch ein schönes video raus und deswegen habe ich gedacht alles klar das machen wir jetzt und ja ich habe es ein bisschen vor mich her geschoben weil ich immer was andere videos und andere ideen hatte aber heute wird die johanna gewürdigt und wir schauen uns mal die produkte an wie gesagt wir haben so ein kleines bildchen müssen mal gucken ich glaube da ist es dann wird ein panda sein dann haben wir hier mario sticker wir haben hier so kleine schildkröten anhänger und das sieht aus wie so feder wie heißen sie so feder buch für buch erst ein lesezeichen okay ich würde sagen wir gehen einfach von klein nach groß und ich fange einmal mit den anhängerchen an den schildkröten und dann wollen wir mal schauen was da so drin ist ob da kriege ich das so auf stimmt das ist wieder für die hr leute richtig gut da so wollen wir gucken was amazon so machen kann ich so mal ein bisschen ran und dann gucken wir uns das mal genauer an so das ist hier jetzt auch keine plastik für also ist schon eine plastik verpackung aber das ist halt hier wie sonne brotdose sage ich mal das gefällt mir eigentlich auch recht gut muss ich sagen es kommt auch ein bisschen hochwertiger rüber da brauche ich aber auch einmal ein messer sonst kriege ich das nicht auf weil das sind nämlich so aufkleberchen hier drin und hier noch ein also wie gesagt wie so eine brotdose also das habe ich bisher auch noch nicht gesehen meistens sind die ja wie in dem fall hier einfach in so einer umverpackung einfach in plastik eingeschweißt aber nicht bei diesen beiden brotdosenprodukten sag ich es jetzt einfach mal das gefällt mir schon gar nicht so schlecht muss ich sagen es macht auch ein bisschen hochwertiger haptisch natürlich auch richtig richtig gut und ich weiß gar nicht habe ich eigentlich jemals ich glaube auf dem kanal habe ich bisher noch nie anhänger glaube ich ausgepackt schauen wir uns mal an so wir haben hier eins zwei drei vier fünf so kleine wie heißen sie schildkröten ich finde sowas ja immer super super cute man sieht ja auch schon das sind sondersteine gucken wir uns da gleich auch noch mal an also es sieht aus wie komplett straß steine und da wird so ein ellipsen stein sein das ist so eine also eine hart plastik platte die ist von beiden seiten zu bekleben das heißt wir können hier unten einfach ich das jetzt schiffe das dort also da ist eine leichte folie drüber die ziehen wir einfach nur ab und dann kannst du die eine seite penden und dann kannst du die andere seite penden kleiner pro tipp so mache ich das immer wenn ich anhänger penden dass ich erst eine seite penden in dem fall würde ich jetzt alle fünf einfach nehmen und nur eine seite penden die dann versiegeln dann ein paar stündchen abwarten oder an tag abwarten je nachdem dann drehe ich sie um und pente die andere sache macht genau dasselbe da kann natürlich beide seiten schon penden versiegeln dann hier diese das sind diese anhängerchen das kann ich euch auch einmal eben zeigen gleich die die gemacht man dann nämlich so hier oben ist eine öffnung dann können wir die einfach einfädeln dann kommt das nämlich hier durch diesen regen durch dann haben wir hier da eine öffnung drin und hier haben wir auch so ein ring und dann kann man nämlich beide seiten schon mal penden versiegeln und sich die dann einfach aufhängen und dann im hängen quasi trocknen lassen hat aber den nachteil dass die versiegelung runter tropfen kann also wenn dann auf jeden fall was drunter legen oder wie gesagt so wie ich es mache ich erst die eine seite versiegelt ist und pente dann die andere das so mache ich das immer weil ich habe mir nämlich ich habe auch schon mal so süße disney sticker oder so disney anhänger gehabt hier mit mickey maus und pluto und sowas und dann habe ich nämlich beide seiten gepaintet und dann eine seite versiegelt dann trocknen lassen und als ich sie dann wegnehmen musste war alles komplett dran geklebt also die steine und so haben sich alles an diesem tuch oder dieser unterlage fest geklebt und dann waren die wirklich alle einhänger wand versaut und das fand ich einfach super super schade und deswegen mache ich das seitdem nicht mehr und damit fahre ich halt dementsprechend ganz gut gut wir haben fünf schildkrötchen das ist einmal die nummer eins das ist die nummer zwei die ist auch ganz cute hier mit diesen die haben so süße cooleräugelchen das ist die nummer drei die sieht irgendwie ein bisschen verloren aus finde ich ja gut das ist so von front aber das weiß ich nicht der gefällt mir nicht ganz so gut die ist richtig süß und das ist die nummer fünf gut finde ich gar nicht so schlecht ich hätte allerdings cooler gefunden wenn die vielleicht sich in den farben noch mal unterscheiden also die sind hier jetzt alle in diesem pastell schön und alle sehr sehr ähnlich gestaltet gut hier die augen sind ein bisschen unterschiedlich aber da hätte ich mir jetzt vielleicht gewünscht dass die ein bisschen unterschiedlicher von den farben her werden damit da einfach ein bisschen abwechslung ist aber ist das nicht so schlimm also wie gesagt das ist halt auch so eine dickere platte acrylplatte und finde ich gar nicht so schlecht ich mag ja sehr gerne anhänger ich mache mir die ja immer ich habe sonnen am fenster immer so ein ast hängen und so als deko da kommen dann im winter kommen da zum beispiel so weihnachtskugeln und so weihnachtssachen dran die im fenster dann hängen können und jetzt im sommer habe ich da wichtel hängen gehabt und so oder habt ihr noch hängen zu ostern kommen da häschen dran und zwischendurch hänge ich da auch sowas schon mal mit dran und das ist so finde ich für den sommer gar nicht so schlecht ist natürlich schon vorbei aber sowas finde ich dann auch gar nicht so schlecht oder man macht daraus wie gesagt ist das gar nicht ob das denkt man so als schlüsselanhänger kann man es auch benutzen weiß ich nicht wie wird es mir vielleicht eher so als deko oder so am fenster wirklich hängen an die hier an die gardinen stange wenn man sowas zum beispiel hat oder sowas und da könnte ich mir das ganz gut vorstellen ansonsten habt ihr noch andere ideen was man da machen kann dann schreibt es mir ruhig unten in die kommentare rein so wir haben hier so ein standard tool kit mit so einem stift einmal ein hartschalen grünes schiffchen und dann haben wir hier noch einmal ein wachsplättchen dabei so ein standard tool set und dann haben wir hier noch einmal die steinchen und die gucken wir uns jetzt auch noch einmal an da haben wir sie also sind fast alles ja fast alles komplett strass steine also wir haben jetzt hier so einen gärtlicheren ton hier haben so einen bärenstein ton rosa blau dann hier so ein lila ton den finde ich richtig oder die beiden finde ich richtig richtig cool da ist so eine ich würde jetzt mal schätzen das ist eine ab beschichtung sind die ach das ist also dass man möglich die kamera nicht das sind ist nicht auch diesen eingestanzten das sind eingestanzte eingestanzte steinchen in rund und die haben dann so eine ab beschichtung auch richtig richtig cool die sind ein bisschen durchsichtiger so mal gucken wie das dann aussieht also der mir ist nicht für diese straß steine unten noch mal so eine beschichtung damit halt die nummern die nummer hier auf den auf den der klebefläche dass man die nicht sieht aber ich denke mal das wird man schon nicht durchsehen so hier haben wir so ein weißen davon dann haben wir jetzt so eine ellipsenform und das ist ja so eine tropfenform hier und das ist so eine weißlichere das auch wieder in so straß richtig cooles set oder was meint ihr ich finde ich finde hier richtig richtig süß die kleinen die kleinen schildkrötchen ich finde die sondersteine sind toll und dann in dieser brot dose immer brot dose aber finde ich gut also ich finde das erste produkt kann sich schon richtig richtig gut sehen lassen schön hochwertig gefällt mir sehr schön so dann machen wir einmal mit so kleinen sticker hin weiter und zwar haben wir auch hier einmal ein standard tool set mit dem stift mit dem schiffchen und einmal mit dem einplänen wachs so dann war hier einmal eine übersicht welches dicker joa also das sind zwei genau welche sticker in dem ganzen set enthalten sind und hier ist noch mal eine anleitung wie diamond painting funktioniert ich bin ein riesen mario beziehungsweise nintendo fan und deswegen hat es mich richtig richtig gefreut dass es solche sticker geworden sind und wir haben wir so ein tod wir haben einmal todette luigi haben wir sogar dreimal vertreten hier einmal noch mal mit mit zum gelben joshi und hier noch einmal normal luigi dann haben wir hier peach wir haben mario und dann war einmal den goomba sehr sehr cool passt natürlich auch wunderbar in mein neues dicker set was ich euch mal gezeigt hatte dann haben wir so ein regenbogen bowser da haben wir einmal einen koopa mit flügeln ich glaube die heißen auch noch anders oder heißen die auch koopas ich glaube schon kann auch anders die flying koopa heißen keine ahnung da dann haben wir einmal einmal absoluten lieblingsspiele für die switch ist mario kart noch da haben wir einmal die hier sind hier dann haben wir einmal den standard joshi in grün dann ach hey mini wie heißt er denn das kann ich was der für einen namen hat ich kenne ihn aber keine ahnung dann haben wir einmal den tanuki mario dann haben wir hier einmal richtig richtig toll spiel mario odyssey mit dem mit keppi richtig richtig cooles spiel für die switch habe ich geliebt ich weiß gar nicht warum es nicht mario odyssey zwei rauskam wir schauen mal dass wir das machen bei vielleicht bringen sie noch was richtig cooles raus bei der switch zwei baller und dann haben wir hier oben das habe ich mich gerade die ganze zeit gefragt was das hier wohl sein soll das ist ein baseball schläger hier in baseball schläger baseball ball ja gut das ist ein bisschen sehr sehr schwierig zu zu erkennen aber ja okay wenn man es weiß dann sieht man es hier ist der baseball ball und hier ist der baseball schläger okay das ist für mario baseball gut dann schauen wir uns mal die steinchen dazu an das sind jetzt keine straß steine sondern das sind jetzt ganz normale runde akryl steine ja mal ein weiß ton dann haben wir ein schwarz ton einmal so noch rosa herrton dunklerer rosa ton das ist ein wunderschöner roter ton steht da nicht drauf welche dnc nummer keine dnc nummer drauf manchmal haben wir ja glück und es stehen die dnc nummer mit drauf so dann haben wir jetzt hier zwei gelb töne haben sind etwas heller einmal ein etwas dunklerer gelbton haben hier noch mal so ein beigen ton und hier einmal ein braun ton grün blau orange noch mal so ein braun ton das ist so ein er geht in diese dunkle grau richtung schon das ist heller grau ton türkis hier ist so ein lila ton noch mal ein dunklerer lila ton ist so ein heller braun ton und das ist so ein rot braun so ein kastanien braun sehr sehr schön die gefallen mir auch richtig richtig gut wie gesagt als nintendo fan ist sowas finde ich sowas natürlich klasse mario luigi zelda sowas ist halt komplett auch meins pokémon also alles was wirklich mit nintendo zu tun hat seit der ersten stunde ich lieb ich lieb so nummer drei das waren die lesezeichen in der wie heißen sie in der federform habe ich auch schon mal mir überlegt ob ich mir sowas mal zu legen hat sich jetzt in dem fall erledigt so sind nicht extra zu geklebt das können wir jetzt einfach aber doch ist doch zu geklebt und auch hier haben wir wie ihr seht wieder diese brot dose wie sehr schon immer genannt habe gefällt mir richtig richtig gut da ist aber die dickerchen waren jetzt auch nicht schlecht aber die kann man natürlich schlechter lagern sage ich ja was heißt schlechter lagern aber wenn man sie einmal ausgepackt hat und so ja ist auch okay dann ist so ein kleines zwischendurch projekt aber ja sowas ist einfach ein bisschen haptischer das macht es einfach noch mal ein bisschen hochwertiger und wenn man bedenkt hier das hat glaube ich auch nur 10 euro oder so gekostet also dafür finde ich kann man das ruhig mal machen hier haben wir wieder das standard toolset wie die anderen beiden auch schon so dann haben wir hier einmal so einen diamanten und hier um einmal so eine schlaufe da zeige ich euch gleich was man damit macht ich werde es euch aber bestimmt schon gedacht haben was man was wir damit machen wir haben hier eins zwei drei vier fünf sechs federn dass die alle unterschiedliche farben haben also die sind alle unterschiedlich das bringt einfach auch ins penden einfach ein bisschen abwechslung und sowas finde ich halt richtig richtig cool ihr habt gerade schon gesehen die sind auch akrylplatten also schon recht stabil die kann man aber nur von einer seite penden und nicht für die schildkröten von beiden seiten und das heißt da ist natürlich nicht ganz so schlimm mit dem oder nicht ganz so extrem ist mit dem versiegeln weil wir ja sowieso nur eine seite haben wir haben ja einmal so eine schöne gelbe feder hier mit orange schwarz haben wir hier einmal richtig schöne farben richtig schöne form hier mit türkis und lila gelb hier haben wir eine die ist fast komplett in türkis haben wir eine komplette in rosa tönen hier haben wir es wieder gemischt in rosa und lila und hier haben wir lila mit zu leichten gelben akzenten richtig cool wir sehen hier es sind wie man sieht strasssteine aber wir haben hier auch so tropfen formen und runde und so müssen gleich mal schauen wie die dann im endeffekt aussehen und dann haben wir wie gesagt hier einmal die hier die diamanten und einmal hier die die diese schnüre ich habe es jetzt einfach mal so zusammengesetzt ich weiß gar nicht ob das so gemacht werden soll aber es machte für mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen sinn hier oben habe ich das einmal so rein gefädelt na also bevor ich unten die beiden ringe angebracht habe das heißt hier oben einmal quasi angeknotet so dann habe ich ja einmal diesen ring reingesetzt aber den kann man einmal öffnen und dann hier unten einmal den brilli dran ist natürlich perfekt für unsere brillis und dann haben wir oben so eine korde und dann können wir das wie gesagt als lesezeichen verwenden oder ja wir müssen hier diesen brillanten hier oben nicht anbringen wir können das natürlich auch einfach so irgendwo aufhängen als aufhänger an was er sich so wie es mache so um ast oder was auch immer also da bleibt euch natürlich vollkommen fantasiefreien lauf wie gesagt ich würde es jetzt als lesezeichen benutzen wenn ich lesen würde und ja dann schauen uns noch einmal die steinchen an so hier haben wir auch so ein gemisch von steinen das heißt hier haben wir so einen rötlichen straßton dann haben wir hier einmal einen schwarzen ton dann haben wir wieder so einen durchsichtigen straßton ton gelben straßton hier haben wir türkis zwei farben farben und ja mal dunkel hier oben ein bisschen heller dann haben wir hier so eine rosa ton ein pinker ton noch mal so ein bernstein ton hier haben wir noch mal so ein lila tun ein bisschen heller hier haben dann aber ein bisschen dunkler das sieht aus wie dasselbe hier oder es ist eine andere farb nur zu sein dann haben wir einmal ein blau dann haben wir einen größeren straß in gelb ja mit so einer ab beschichtung dann richtig schöner grünlicher tropfenförmiger ab b stein hier haben wir es ohne ab beschichtung auch als straßton in gelb haben wir wieder so ein tropf also das weißte er so eine tropfen form gewesen das ist ja so eine ellipsenform auch mit einer straß beschichtung das ist jetzt so eine form das ist so war so ein ovaler straßton in lila und hier haben wir einen runden runden stein in mit so einer ab beschichtung in weiß ich finde das ist doch mal richtig coole sondersteine und auch richtig schöne abwechslung oder richtig cool so und dann haben wir noch nummer vier das letzte produkt und das würde ich jetzt mal sagen wird dieser wunderschöne panda hier sein das ist puzzle brain von der hawaii diamond painting das würde ich jetzt einfach mal so behaupten dass es extra so ein set für kinder so auch hier haben wir ein standard toolset allerdings ist das ein bisschen anders deswegen packe ich das mal einmal aus weil das ist ein etwas anderes schiffchen das ist ein bisschen dunkler gleich erstmal das daneben das ist ein bisschen dunkler von der farbe her aber auch sonn hat plastik schiffchen auch sehr sehr cool dann haben wir hier noch tütchen für reststeine mit einmal und zweimal wachs auch ein sehr cooles toolset und ja da haben wir das bildchen was dann was dann gepaintet werden kann denkeschön panda hier mit den bambus finde ich richtig richtig cool welche größe hat das steht hier glaube ich gar nicht steht das hier drauf welche größe das hat es wirklich groß sein vielleicht 10 mal 15 mal 15 würde ich jetzt einfach mal vielleicht zu schätzen ja hier oben steht ab 0 29 lasse ich davon nicht irritieren weil alleine was hier wie wir hier schon drin sehen sind dass er normale steine und straß steine da wird keine kein ab stein mit dabei sein und das ist halt genau wie normales bild das ist jetzt hier so eine plastik leine und jetzt keine flauschige wir haben hier auch so eine folie drüber die wir abziehen können wo wir ganz normal pängen können und dann haben wir hier so eine linie da wo wir es dann einfach abschneiden können und dann können wir es hier in diesem mitgelieferten rahmen finde ich auch sehr sehr cool dass wir uns keinen rahmen kaufen dem modell ist mit dabei und dann können wir uns den einfach wunderschön aufstellen auch eine sehr sehr schöne idee gab es auch ganz ganz viele motive ich von den panda bären oder johanna fand den panda bären ganz cool ich glaube ich habe irgendwie zwei oder drei glaube ich reingestellt oder ich habe immer nur ein produkt genommen und dann konnte man kann kann man sich ja dann aussuchen welches motiv man dann nimmt und vielleicht gefiel der johanna diesen panda bären am liebsten und hier unten fehlt ein leerzeichen ja sehr cool und dann haben wir hier einmal akryl steine runde steine hier einmal in weiß die sind in ganz ganz kleinen tacken größer obwohl es dieselbe farbe ist sind keine absteine aber die sind tacken größer als diese hier und die sind noch mal ein tacken größer ist es auch keine ab beschichtung drauf somit haben wir dreimal dieselbe farbe aber drei unterschiedliche größen was auch wieder ein bisschen abwechslung bringt so jammeln und schwarz tun und das ist auch schwarz sieht sehr schwarz aus aber auch da sieht man das sind die steine einfach ein bisschen größer jetzt kommen wieder ab form da haben wir einmal ein grünton hier haben wir auch noch mal ein grünton der auch ein bisschen größer ist also die spielen auf jeden fall mit unterschiedlichen größen noch mal grünton das ist ein etwas hellerer grünton das ist ein ganz ganz dunkler grünton da sieht man dass es kein schwarz ist sondern so ein grünlicher ton ganz ganz dunkel so einen blauen ton noch mal etwas größer und hier haben wir noch mal die größeren steine ich finde diesen mixing wie ganz cool von kleinen großen steinen und hier haben wir einmal weißliche straß steine einmal den kleinen und einmal in groß auch sehr sehr cool also wie gesagt mir gefällt das richtig richtig gut eine richtig schöne abwechslungsreiche auswahl auch jetzt zeige ich euch aber auch alles was ich jetzt gehabt habe das ist einmal der panda als bild dann hatten wir hier einmal die süßen schildkröten anhänger dann hatten wir hier einmal die mario sticker und ja jetzt haben natürlich blöd eingepackt aber das waren diese feder feder anhänger oder die feder wie heißen sie die feder lesezeichen sehr schön ich finde das war eine richtig richtig gute mischung kräuter sagt mir mal euren favoriten was ihr am schönsten fand also ich muss ehrlich sagen die fand ich also wenn ich eine platzierung machen würde würde ich sagen die sticker sind so platz 4 ist ganz nett den fand ich schon richtig richtig cool dann die von den farben her und so und für die anhänger ist platz 3 für die schildkröten da ist man allerdings die auswahl von den farben und weiß ich finde ich nicht ganz so abwechslungsreich und mein absoluter favorit sind die federchen hier die die lesezeichen weil wir da einfach sechs mal unterschiedliche farben auch wirklich haben es ist abwechslungsreich und das wäre jetzt so mein favorit schreibt man in die kommentare unten rein welches euch am besten gefallen hat und ich hoffe euch hat dieser kleine holen hier gefallen wie gesagt meine amazon wunschliste findet ihr auch immer in meiner video beschreibung oder auch unter dem video hier jetzt schaut doch mal gerne vorbei ich freue mich da immer über jedes kleinste produkt was ich dort was in mir zukommen lassen möchte und wie gesagt ich sammle das und dann gucke ich wenn ich so drei vier produkte habe ich glaube drei würden sogar reichen damit wir eine gute länge auch von den videos hinbekommen und genau schaut auch mal sehr sehr gerne vorbei würde mich freuen und an dieser stelle danke ich wie immer mein kanalmitgliedern ihr kriegt meine videos ja immer ein ganz ganz kleines bisschen früher und da profitiert ihr natürlich auch von und wenn du dich dafür interessiert darfst du da auch mal sehr sehr gerne vorbeischauen und alles was dort quasi rein kommt ist stecke ich auch wieder in den kanal rein und haben so dass wir uns da wieder immer unterschiedliche produkte anschauen können dann bedanke ich mich auf jeden fall bei euch ich wünsche euch einen bezaubernden freitag ein bezauberndes beginnendes wochenende und dann sehen wir uns munter am sonntag wieder und da gibt es ein td action hall also seid ganz ganz gespannt teilt dieses video auch sehr gerne mit euren freunden wenn euch das gefallen hat leichter lassen ein abo ein kostenloses abo damit ihr immer bescheid wisst wann meine videos online kommen und bleibt schnuckelig und painted es ist ein tolles hobby ich küsse euch und wir sehen uns macht es gut